willkommen zurück leute zu let's play raymond legends definitiv edition wir sind mittlerweile in part nummer 25 schon und wir machen direkt weiter im olympus maximus und zwar heißt dieses level durch den vulkan okay das passt aber jetzt nie ich bin gerade ein richtiger noob ihr schaut euch das an was ich hier getan habe das war ein bisschen echt seltsam okay so bekomme ich dich oder wenn ich dich treffe ja die schusswaffe ist denke ich schon bis echt praktisch damit komme ich besser vorhanden müssen wir schon wieder dich verfolgen oder was nimmt uns wieder unser kleinling weg so ja stimmt ich habe mich jetzt schon gefragt wie hier durchkommen dabei kommt wieder unser kleiner forsch hier wie ich ihn immer so schön nenne ja heute mache ich sozusagen ein kleines experiment ich möchte ein bisschen über was reden heute mit euch ich würde gern das hier aber noch haben und zwar weihnachten kommt immer näher und ich möchte natürlich irgendwas spezielles dazu machen ich habe den kleinling irgendwie noch bekommen okay und zwar ich habe habe jetzt schon ein paar sachen gedacht dass ich an den weihnachtsfeiertagen oder um die zeit um so ziemlich jedes online game online spiele und spätestens dann möchte ich auch mal auf twitch streamen sprich dann es wird noch einmal mario kart 8 kommen in diesem jahr und zwar eben auf twitch das war jetzt ein bisschen gefährlich was ich hier gemacht habe und zwar so wie kommt man den glaube ich die diese schusswaffe oder diese ich weiß nicht wie man sie nennt ich nenne sie einfach mal schusswaffe ist praktisch damit können wir auch sozusagen die feuerattacken hier abwehr normalerweise tue ich ja nur ähm oder ich rede meistens nur über themen wenn dann in meinen online projekten aber es hat sich jetzt nicht anders ergeben ich meine zu mario maker ist es doof und ähm zu splatoon 2 hatte ich schon ein anderes thema das sind die beiden online games die nächste woche kommen werden ja damit konnte ich ja jetzt nicht rechnen oder ich habe jetzt gedacht ähm die plattform geht runter oder so so hier ist ganz sicher was oder ja hier ist so ein geheim kleinling und schon tot ich habe irgendwie die steuerung nicht so ganz hinbekommen und an heilig abend selbst soll es auch ein special geben ich habe ja auch in meinen ähm kanal info geschrieben dass ich auch hacks mache und da wird es den ersten hack geben oder da es ich plane es zumindest ich möchte das holiday special machen von nio das denke ich jetzt für die die sich mit mario pas wie hacks auskennen bestimmt sehr überraschend bietet sich halt an passt zur zeit ok irgendwie hätte mich dieser feuerball fast getroffen und irgendwie habe ich die gekillt ich weiß nicht wie ja aber wir haben den kleinling hier geholt ziemlich super hell eigentlich wenn man den ersten versuch nicht mitzahlt und ich möchte jetzt auch endlich mal anfangen mit den top lists es wird dieses jahr nur noch eine geben wahrscheinlich und zwar ich wollte eigentlich ja noch machen top 5 mache odyssey königreiche problem ist ich bin und habe nicht alle königreiche ausführlich genug gemacht das heißt die wird erst nächstes jahr kommen aber ich werde machen top 5 nintendo switch spieler des jahres die werde ich machen und da möchte ich dann auch eure meinung wissen aber erst dann unter diesem video den nehme ich mir noch mit den kleinen link das waren so ziemlich meine pläne und es werden noch neue projekte starten weil ich habe vor rayman legends zu beenden das denke ich ist machbar und ich möchte die live stream let's play von von mario boss wie noch beenden ok und da war ich nicht schnell genug und da war ich zu schnell achso ich hatte ja noch ein herz oh glück gehabt gut dass das nicht mehr gezählt hat komme ich irgendwie hier hoch na ich komme hier nicht mehr rüber aber ich komme hier hoch oder ja hier komme ich hoch ist hier der zweite von denen von den ähm ich nenne sie große kleinlinge ich habe eigentlich überhaupt keine ahnung wie die charaktere in rayman heißen ich kenne nur rayman und glowbox oder wie der heißt selbst da bin ich mir nicht sicher wir behäuchten eigentlich fünf kleinlinge um das frei zu schalten was ich vor hatte frei zu schalten die haben wir jetzt hiermit auch ok das war jetzt ein bisschen glücklich ich bin jetzt hier ein bisschen auf meine knöpfe rumgetanzt wenn man es so sagen kann und jetzt habe ich dumm gefehlt wie gesagt ich möchte rayman legends beenden das mag jetzt zwar ding klingen ich bin in der letzten welt habe jetzt dann nach diesem part wahrscheinlich die hälfte ok die hälfte der level durch von dieser welt aber es gibt noch andere modi die ich zeigen möchte die soweit ich weiß die definitive edition auszeichnen teils teils auch nicht ich bin zu dumm um da hin zu kommen und da oh ich bin irgendwie stelle ich mich gerade ziemlich an ich bin nicht schnell genug ok jetzt habe ich das hier zumindest geschafft kommt es ja allgemein auf speeddorf an oder eben nicht naja teils zumindest oh knapp das war muss ich das jetzt alles nochmal machen das ist jetzt schon ein bisschen hart finde ich für rayman verhältnisse finde ich das erinnert mich ja schon an donkey kong da habe ich jetzt ein bisschen geschlafen ok ok den hätten wir jetzt auch diesen kleinen ding wir haben witzigerweise noch keinen verpasst das wundert mich direkt ok den konnte ich mir noch leisten da hatte ich jetzt Glück dass das nicht gezählt hat ok das war jetzt gefährlich jetzt wo ich schon hier bin kann ich mir das gleich noch mitnehmen das war jetzt irgendwie offensichtlich fertig dass das dort runter dann geht oh nicht zu schnell sein sonst fallen wir hier wirklich noch so wir haben immer noch keinen verpasst so euch töten wir auch gleich noch und hier ist unser letzter kleinling wir haben gar keinen verpasst das ist ja mal nett mal wieder perfekt abgeschnitten haben wir glaube ich schon länger nicht mehr geschafft ja und gold werden wir jetzt auch noch mitnehmen ja wir haben gold mitgenommen sogar auch noch relativ super hin überschritten ja olympus maximus ich denke wir schaffen noch ein level oder so eins vielleicht zwei wenn wir schnell sind ja wir werden jetzt hier reingehen weil dieses tor öffnet sich ja jetzt ein heimgesuchtes level gäbe es auch noch toll na gut aber wir gehen jetzt trotzdem hier rein fünf knochen hätte mich wer kann heißt das echt so ja ist das jetzt wieder so ein blödes treibsand level oh ne ich hab das gehasst ich hasse diese solche solche level typen ich hasse es ganz ehrlich ich hoffe wir schaffen das in diesem part noch bisher sah es nicht schlecht aus und jetzt wären wir beinahe hier gestorben und jetzt sterben wir hier und ich ich muss auch noch von vorne anfangen ja genau das ist das was mich so aufhängt dass wir jetzt auf einmal erst nach einer ewigkeit mal einen checkpoint bekommen das war früher nicht so fangen wir halt wieder von vorne an warum auch nicht okay ja hier wäre ich möglicherweise wirklich aufpassen müssen dass ich mich aushaste aber ich bin jetzt immer mehr davor ganz ehrlich echt jetzt ich habe jetzt den sprungknopf gedrückt und er hat es nicht gemacht okay jetzt sind wir schon mal wenigstens etwas besser dahin ja genau ich hasse sowas wenn das spiel sowas macht mit einem ich bin jetzt wirklich weit genug gekommen um mir einen checkpoint verdient zu haben spiel ich wette wenn wir jetzt sterben dürfen wir gleich komplett von vorne anfangen wetten ja hier oben wäre es ich springe aus dem fenster ich sag es euch da oben wäre er gewesen dann macht er so einen dummen fail und jetzt macht er auch noch sowas natürlich also ich bin jetzt kurz davor auszuhassen kurz davor was machst du schön schön dass es hier einen checkpoint gibt ich mag jetzt gar nichts mehr kommentieren weil ich mag nicht wieder failen nicht so kann ich sich sagen nicht so dass es ist da Soweit waren wir vorhin auch schon. Ja, genau! Natürlich! Dieses Level ist short, ganz ehrlich. Das Level an sich ist nicht short, aber es ist short, dass wir kein Checkpoint bekommen. Wir sollten nach jedem Kleinling wenigstens einen Checkpoint haben. Und das geht mir auf die Nerven. Jetzt hätte sie auch noch fast durch einen Sprung getötet. Hier waren wir vorhin. Natürlich! Mensch! Es sollte doch zumindest ein Checkpoint hier sein. Das ist in den Mario-Boss-Games ja auch und in Donkey Kong auch. Wenn ich was hasse in Jumping Runs, dann sind es Checkpoint-lose Level. Jetzt bleibt sie auch noch stehen an der Stelle. Klar, ich meine, es hat fünf von diesen Knochen da. Aber trotzdem. Ja, wir haben es geschafft! Bin ich froh. Wir haben jetzt aber auch keine Zeit mehr für ein weiteres Level. Das heißt, der Part wird eben etwas kürzer als normal. Aber wenigstens haben wir Gold auch noch. Nach dem Leiden habe ich mir das auch verdient, glaube ich. Wir werden jetzt Sibylla direkt mal nehmen. Und dann werden wir sie im nächsten Part verwenden. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen von Roman Legends Folge 25. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren für mehr. Mehr kommt bald. Auf Wiedersehen!